Jo, einen schönen guten Tag. Heute baue ich jetzt eine Zuckerfarm. Mal gucken, wie das hier funktionieren tut. Oh, oh. Das ist ja nicht so schön. Gut, äh, ich brauche erstmal eine Kiste. Da brauche ich erstmal Holz. Pack mal Holz in mir. Packt auch hier. So, einmal Holz. Fliege es nachher, ich sag mal, halt. Ähm, die Kiste noch zu machen. Aber die Kiste gehts hier nicht. Alle Zeichen, dachte nur die Kiste wieder nicht. Gut. Okay, wollt ihr hier hin? Ach, wollt ihr hier hin? Ach, wollt ihr hier hin? Äh, wird noch ein bisschen sauer. Verkehrt. Oh, nee. Hier bleibt die Kiste hin. So. Hier bleibt die Kiste hin. So. Und wenn es hier umfährt, wisst nicht, was da los ist. So. Meine ganzen Hoppe brauche ich erstmal. Und die brauche ich erstmal. Jo. Wollen wir erstmal hier einhoppe hin. Achja. Bad. Zack. So. Mal gucken, wie groß ich die... Barriere. Stop. Mal gucken, wie groß ich die... Barriere. Mal gucken. Jetzt hab ich alles. Mal gucken rein. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Da muss reichen. Und. Gut. Okay. Entschuldigung. Mal gucken, wie groß ist hier hinten. Noch einer. So. Ja. Jetzt braucht die Erde. Die Erde ist hier. Ja. Jetzt braucht die Erde. So. Da kommt Wasser rein. Und dann reicht das schon wieder nicht. Ah. Ich kann alles wieder abreißen. Scheiße. Ach. Das ist eine Scheiße. Das kann auch warm. Ich muss das nochmal hinbauen. Voila. Jut. 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 Kann ich das hier nochmal abreißen. Hup. Ich muss noch ein bisschen weiter machen. Ach. Scheiße. Ich hab jetzt zu spät gesehen. Ohja. Ich hab jetzt ein bisschen. Jut. Okay. 1,2,3,4,5,6,7W Da oben ist sie hingegangen, aber ich mach sie noch ein bisschen weiter da hin. Ach man, bin ich bescheuert. Ja toll, da muss ich das hier alles noch zu machen. Ja, so meint die Kiste. Na, ich brauch den Platz hier, den ganzen Platz. Gut, wo sind meine ganzen Hoppers? Die sind hier. Gut, wir gehen jetzt weiter. Noch einer. Gut. Man muss immer die Shift-Taste drücken, sonst geht das nicht. Sonst kommst du so rein und das will ja keiner. Und noch eins. Okay. Jetzt kommt die Erde. Da kommt nachher die ganzen Zucker rein. Gut. Und eine kleine Zuckerfarm erstmal. Aber hier reicht. So, jetzt suche ich erstmal Stein. Ich mach Erde wieder weg oder nie. Jetzt mein Stein. Na, wie wirst du denn? Ach ja. So, dann kommt hier erstmal ein Stein hin. Und da mal ein Stein jetzt hin. Da ein Stein hin. Oh oh. So. Das reicht. Ach, das reicht. Das reicht. Ach, das reicht. Das reicht. So. Da kommt Wasser. Äh. Da kommt jetzt Wasser rein. So siehst du. Die wachsische. Das ist gut so. 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 Alles weg hier. Ach, das ist mein Digi weg. Sorry. Na oben. Ja. Na oben. So fall hier alles drin. Das ist ja oben. So. Du musst eigentlich reichen. Hopp alter. Hopp. So, ok, hoppala. So, dann kommt hier erstmal was da rein. Noch ein A brauche ich noch. So, okay, war das still. Hier enthält ich meine Zucker. Da fahrt man jetzt sogar. Das kann ich wieder nicht. Okay. Okay. So, jetzt. Ein, sechs Stück. Achtstück. Eigentlich reichen jetzt. Ah, war einer. Gut. 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 ich gebe ganz schnell mal eins bitte und dann mach ich mir so ein Foto boah, das leckt hier was zu sein da ist ein ganzer Rüst äh, rätst du rum ja, nein und nacht schlaf gut gut, Leute ich geh mal jetzt langsam wieder nach unten aber ich muss jetzt leider sagen ich muss jetzt auch wieder aufhören so ja wie ich das mitgekriegt habe habe ich ja auch wieder eine neue so okay ich mach erstmal Schluss für heute ja und das ist meine kleine Zuckerfarm irgendwann jetzt die nächste Folge fördert Moment, ich geh noch ein bisschen her ne okay so lass ich das und sag erstmal tschau tschau bis zum nächsten mal und nächsten Part geht's weiter okay Leute dann bis joo dann bis später beauty tschau tschau bye bye tschuuuus tschau 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 tschau